in der city und schauen uns das nächste an hat das am freitag war lustig oder enrico mit dem feuerwehrauto wo wir da rumgealbert haben war gut mein zuhause müsste ich auch bald wieder hell werden da ist gerade mal zwei aber vielleicht sieht man es sogar auch so ganz gut genau einfach da bei der kreuzung irgendwo landen und zwar kommt mal mit kommt ihr das war hier auf jeden fall ich muss gerade mal gucken warte mal irgendwo hier war es da da ist er die random lampe die einfach ins nichts platziert wurde das habe ich mal von einem youtube herausgefunden warte mal was für eine lampe hier da oben da hängt einfach nur da hängt einfach eine lampe ohne gebäude da oh ja das ist geil ich kann sogar kaputt schießen warte mal geht das war jetzt mal so eine kleinigkeit die ich einwerfen wollte weil das fand ich ganz lustig es klappt nicht geht ja weil sie zum beispiel mit der schneider den mond größer schießen das hat sie hier nicht ich habe euch übrigens meine liste gerade nie damit war da mal da kann ich leider gar nicht reingucken mein handy ist am ladegerät ja mal gut guck mal jetzt blick ja ja ach so hast du das dann gemacht ja ich hab mich dran geschmissen ja ja ich hab mich dran geschmissen ja 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 Au! Darf ich mal hooten? Der Kleppner kommt! Okay, dann ist Ufo, aha. Was gibt's denn nicht nur so schönes? Du kannst immer so schnell! Ich meine, du kannst immer schnell, aber trotzdem. Fragen die Gönnen. Ich hab nur dieses Untergegangen mit Ufo-Radio. Es gibt ja auch so ne Luke, ne? Unter Wasser. Wir brauchen ein bisschen Vorbereitung. Das müsste sogar in der Nähe von Monner Yacht sein. Und wenn du da dran gehst, schürzt du. Wenn mir wurde gesagt, da klopft irgendjemand an. Du könntest ja mal probieren, aber wie gesagt, wir bräuchten dafür wahrscheinlich vier Ufo-Boote. Und das müssen halt ein bisschen Vorbereitung sein. Ja. Wie kannst du nicht mehr sagen? Oder hier die Atemdinger oder? Nein. Die Atendinger müssen wir ja auch probieren. Damit nun wurde ja auch nicht ganz tief runter. So, umgültige Anforderungen. Da habe ich ein Problem. Ich hab ja ein U-Boot hier, wo wir alle zusammen einpassen. So. Und wie ist man lagen bis nachher trocken? Was? Bitte nochmal. Hoffentlich erstmal ein Bettlacken bis nachher trocken. Wieso ist das? Ja. Ich weiß, wenn wir loslegen, dann wird es immer so. Das wird immer alles nass. Ich hab fast immer anwarte, dass ich auch da in der Unterlage gekommen bin. Die wollen und ich haben uns immer so lieb. Also wir kaufen jetzt Atemgeräte, dann machen wir das mit dem Ufo-Boote. Mit der Luke. Wir gucken uns die Luke an. Wir gucken uns die Luke an. Alles klar. Die kennt nicht die Bonds. Sondern die im Jahr. Kriegt man das überhaupt hier? Ja, das kriegt man hier. Unter Ausrüstung hier in der Mitte. Das ist ein Oberteil. Ja, irgendwie ein. Oder doll. Grau, guck mal. Atemgeräte. Bei mir alles immer Corona-gerecht. Ich hab die angeblich voll, bin aber letztens verrückt. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oder muss man die ausrüsten vorher? Wo kann man die denn ausrüsten? Ich hab erstmal das hier in der Mitte. Medizion. Krieg man die nicht automatisch mal ein Unterlazer geht? Weil mit dem Inventar muss man die, glaube ich, anziehen, ne? Wie die denn jetzt eh? Wie die denn jetzt eh? 375.000 für den Scheiß ab. Ein Atomisierer da. Viel zu teuer der Mist. Die wär mir nicht angezeugt. Warum immer. Ey, Markus, du hast sie da schon auf. Bleib sicher, okay? Mhm. Was zieh ich die denn an, bitte? Was tust du denn? Das Atemgeräte. Äh, die sind nie unter, äh, Stiel. Unter Stiel und dann Accessoires. Alles Stiel. Ich hab ja gar nicht gewusst, dass mein Chef auf Sadomaso steht. Ach, das war. Ah. Alter. Maske. Nein. Ich bin. Ah, ist okay. Hau ab. Au. Schon ein bisschen neben. Ich weiß. Es eskaliert. So. Aber ganz ehrlich, so macht's mir mehr Spaß, dass wir uns ständig die ganze Zeit ankeifen. Was denn? Was denn? Na, einfach so rum einfach. Rum einfach. Rum einfach, wir sind jetzt mal meine Fahrzeuge. Ja, du bringst ja auch jedes Mal deine persönlichen Fahrzeuge hier. Du musst die scheiße nicht zahlen, das mache ich ja. Such dir immer noch mal irgendwie, die sie trotzdem nicht hier drunter. So. So. Wie das bei dir am Hinterkunden, da hab ich auch geflogen sein. Also, sind die Polizei erlegt bei mir? So. 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 Soін钮, Roberto. So. So. ich hab das auch nicht bei mir ach, wenn wir absaufen, ist auch nicht schön ernsthaft heute, ernsthaft ich hab dann gehackt, dass ein Riko rauskommt, als er hat das noch nicht zugekommen jetzt hat er hier nur bei dem hier Stil dann hier ja, ich bin nur in den Polizeiwagen eingestiegen und die Säge habe ich schon mal das fand ich wenig lustig das fand ich wenig lustig ach komm, halt doch ich kann sie erst mal hier drauf, so eine Fahrzeuge erste Anforderung Aua Aua, Vorsicht Alter, es brennt, Uhr ja, kennst du das, ne? ich geh jetzt angefordert konnte ich sie dann anfolgen so, Fremd und so dem Weg, der schreit ja, muss er kriegt ey alter 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 jetzt so bitte treffen wirklich vernünftig da war zwischendurch mal so ein bisschen rum einfach das ganz klar da steht sie mich wieder auf mich du sag ich habe es gemacht ich habe ich habe dich nur angeschossen und nicht geschossen und nicht getötet ich habe dich auch nur angeschossen und nicht getötet 3 für ein leben weggeschossen ich habe es gehe ich habe es gehe ich gehe bitte die 5000 werden glücklich so jetzt kommen wir loslegen jetzt ja ja denkt ich war da ran markus denkt ich muss ein was kein kommentar stimmt das klären wir dann nach dem stream so jetzt mal bitte vernünftig treffen wir wollen ja haben ja noch ein bisschen was vorab als heute schaffen weiß ich mich aber alter wo seid ihr denn alle offen wird sogar um gut irgendwo hier auf einem betriebsgelände wo ist dein gut da wurde jetzt gerade drum schon jetzt da wohnt hinschwimmen okay dann komme ich dahin ich hoffe dass mein kontroller noch mitmacht ey dass irgendein grund hat man an kontrolle nicht geladen ich komme ich mir aus darf ich eventuell in der kopf geht in markus so nebenbei oh oh ah ah du 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 Ich bin wieder. Ich habe eine andere Farbe. Boah! Ei, ei, ei! Boah! Warum schwimmt ihr eigentlich? Ich wollte nur zu Yvonne ins Feuchte. Ich weiß nicht, wo du spawnen, wenn ich dich jetzt umbringe. Weißt du, der stoppt sich die ganzen Kopfgelder ab, weißt du? Die 5000 Familie, die 9000 Mark, der Tod ist die ganzen Kopfgelder. Was ist denn dein Boot? Gar nicht so leicht, euch zu treffen, wenn ihr schwimmt. Ja! Das gibt mir nur einen Kerzen. Wo ist nun dein U-Boot? Frag ich mich auch gerade. Bist du hier überhaupt richtig, Yvonne? Ja! 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 Ich bin natürlich, dass wir das hier einschalten. Ja! 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 Ja. Ja! 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 Was ist los? Nimm Nimm Mnnnm Ich hab grad ein bisschen geduldet am Headset oder? Vielen Dank.